Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei, oh, Techdown, hallo, nein, was? Was heißt hier Techdown? Nein, im ETA sind wir hier mit E, mit Peter. Ich bin nicht Peter. Du bist Peter. Ach, bin ich das? Habe ich gerade zu entschieden. Cool, hi, mein Name ist der ETA, raus hier! Äh, nein, du hast mir immer noch meine Druckplatten nicht gegeben. Meine! Da. Oh, danke schön. Wunderschön. So, jetzt geht man hier einmal drüber, dann fährt er schon mal hoch. Bringt uns ja aber nichts. Ja, weil der oberen nicht angeschlossen ist. Nein, bringt uns nichts, weil die jetzt nach oben fahren und dann wieder unten sind. Und das würde ja genau das Gegenteil bewirken von dem, was wir haben wollen. Ja, ja, ich weiß nicht. Weißt du, weißt du, weißt du, kennst du, kennst du, kennst du. Ja, ja, ja. Wofür, du hast mal das Problem? So, so, jetzt war so viel. Bist du, ja? Verstehst du? Mach mal hier so. So, so. Ähm, machen wir so. Und zwar steuern wir das von der Seite an. Warum von der Seite? Ist doch scheiße. Nein, das ist nicht. Doch, weil du jetzt in die Wohnung reinbaust. Ja, das gleich mal aus unten. Ja, das will ich sehen. Wir müssen von den Seiten kommen, weil ich sonst kein Redstone mehr habe. Aber der Redstone lässt sich auch auf Öfen verlegen. Ich brauche Redstone. Redstone. Give me, give me all your Redstone. Oh ja, bewirf mich damit. Oh ja. Redstone-Fetisch. Ich glaube, ich hatte zu viel Redstone-Intus. Mir war so ein bisschen übel. Das kann sein. Aber den Rechten musst du von vorne ansteuern, weil du den von der Seite nicht mehr ansteuern kannst. Und du musst nicht den ganzen Scheiß nach drüben versetzen. Weil wir schon an dem Punkt am Ende des Hauses angelangt sind. Das heißt, du würdest mit dem Repeater da in die Quere kommen. Ja, ja, ja. Bleib mal ganz ruhig hier. Bleib mal ganz ruhig hier. Naja, ich wusste nicht, an der Druckplatte nie hast du aufgenommen, glaube ich. Ja. Bitte schön. So, vielen Dank, ja. Verstehen Sie, meine Damen und Herren. Verstehst du ja auf der Druckplatte, oder? Auf der Drückplatte. Drückplatte. Warte mal, nee. So, wenn wir hier hinten so lang gehen, verstehen Sie, verstehen Sie, ja? Mhm. Dann müsste ich erstmal hier so eine Plattform bauen, weil sonst komme ich nicht mehr raus. Und dann gehen wir hier hinten so lang, ja? Verstehen Sie? Mhm. So. Dann nehmen wir hier erstmal hier hinten das Signal weg. Von den Druckplatten. Verstehen Sie? Mhm. Und dann gehen wir hier hinten an den Stein dran. Und da machen wir den Umkehrer, quasi. Ja, ja, das weiß ich. Verstehen Sie? Ich hab Ahnung von Redstone. Ich weiß. Ich versuch nur gerade eine schlechte Stefan-Rab-Imitation. Ja. Ich fliege übrigens... Sehr schlecht. Alter, Wolken, ne? Ich hab dummerweise gerade keine Schaufel zum Auslöffeln. Warte, ich löffel. Löffel. Löffel Sie. Mit Löffelchen-Stellung. Hm. Hm. Wirf auf mich mit Redstone. Geil. Okay. Sehrhaftig mit Blau. Jetzt haben wir hier ein... Jetzt haben wir hier ein... Oh, ja. Oh, geil. Oh. So. Jetzt haben wir hier quasi... Hier muss dann noch ein... Man kann's auch kompliziert machen, ey. Ja. Man will ja, dass es schön aussieht. Und nicht scheiße. Meins sah schön aus. Deins sah wunderschön aus. Deins ist echt kompliziert. Eine wunderschöne Prinzessin. Was ist denn deins? Ein hässlicher Frosch, oder was? Hey, mach mal jetzt. Nicht persönlich, ja? So, einer. Verkackt, ne? Nein, es ist nicht verkackt. Doch. Nein. Doch. Nein. Was, den Zweiten? Den Fummel ich gleich hin. Pass auf. Pass mal auf, ja? Ihr Jungspunde kennt doch alle ja nichts. Grundsätzlich. Wir im Osten damals, wir haben das so gemacht. Pass mal auf. Äh. Ja. Jetzt. Nein. Das funktioniert sogar. Irgendwie. Frage ist, wie? Alter, das ist schwierig. Das geht so nicht, weil du in die Treppe reinbauen musstest. Doch, 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 doch. Es geht so, Nick. Das funktioniert. Alter, gib mir mal einen Repeater. Nein. Doch, gib mir mal einen Repeater. Nein, warte, warte, warte. Gib mir einen Repeater. Ah, ich hab ne Idee, hey. Gib mir einen Repeater. Zack, warte, warte. Jetzt gehen wir hier drunter durch. Da. Mo. Du bist auch ein Depp. Du bist ein echter Depp. Geil. So. Hier, hol mir die Wand ein. Warum? Jetzt kommen wir nicht mehr rein. Achso. Sonst müssen wir springen. Ähm. Und ich. Warte. Ja. Muss noch einer oben. Muss mal raus hier. So. Ähm. Ja, pass mal auf. Gib mir einen Repeater, warte mal. Nein. Doch. Du passt jetzt auf. Ich weiß nicht, wie das geht. Gib mir einen, los. Gib mir einen Repeater. Wir gehen. Gib's dovol. Gib's dovol. Los. Ich weiß, wie's funktioniert. Du musst hier. Jetzt gib her. Du brauchst eine Runde zu bauen. Du brauchst nicht nach unten zu bauen. Du brauchst nicht nach unten zu bauen. Jetzt halt doch mal die Klappe, Mann. Gib mir einen Repeater. Jetzt lass mich doch mal machen. Nein. Jetzt lass mich doch verdammt mal mal machen, Alter. What the fuck? Jetzt mach dein scheiß Zeug da weg. Nein. Was ist das jetzt so, oder? Ich baue es gern kompliziert. Nein, du brauchst das viel zu. Nein, nein, nein. Das ist komplizierter. Jetzt gib mir den fucking Repeater. Warte mal. Ich baue das jetzt so. YOLO. Du machst alles kaputt, Alter. Magst du mir sagen, warum hier der komplette Redstone aktiviert ist? Jaha, muss er doch, damit die Pistons hochfahren. Ja, woher kommt die Fackel? Die ist aktiviert. Da unten. Die ist versteckt. Ui. Was wollte ich? Ach, da. Okay. Okay, okay, okay. Du musst Redstone, weißt du, wer nicht groß denkt, kann auch nicht groß werden. Du kannst denken. Und groß werden. Das wäre mir aber neu. Da gibt es keine Argumente drauf. Nein. Einfach nein. Alter, mach es doch nicht komplizierter, als es schon ist. Es ist kompliziert. Ja, das ist ja das Problem daran. Warum machst du es so kompliziert? Weil ich es gerne kompliziert habe. Ich mag es kompliziert. Oh Gott, nee. Okay, hau mir hier mal einen Stein weg. Andere mögen es Französisch. Andere... Und du magst es kompliziert. Ja. Ich muss mal noch eine unten hier. Ich sehe es schon kommen. Gleich machst du wieder einen Abgang. Ich sehe es schon echt kommen. Wo ist denn hier die Fackel? Hier ist die Fackel. Warum? Warum? Warum so kompliziert? Weil es kompliziert ist, verdammt nochmal. Nein, das ist ganz einfach. Nur du machst es so kompliziert. So. Aber es gibt doch immer mehr als einen Weg. Ja, aber ich bin vor zu über meinen und nicht deinen. Meiner ist aber cool. Deiner ist kacke. Meiner ist cool. Deiner ist kacke, weil er viel zu kompliziert ist. Nein. Doch. Ich mache das schon jahrelang so, ja? So, warte mal. Hier, jetzt laufen wir über die Druckplatten, die nicht vorhandenen. Was machst du denn? Ich will hier wieder raus. Scheiß die Wand. So, jetzt pass auf. Zack. 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 Bleib mal runter. Zack. Fällt dir was auf? Ja. Das müssen wir jetzt halt beheben. Oben, die sind aktiviert. Nein, die oben sind jetzt aktiviert. Ja, das heißt, wir müssen hier nochmal... So sind sie deaktiviert. Das heißt, wir müssen hier nochmal das Signal umdrehen. Nein, müssen wir nicht. Das machen wir oben. Okay, du kannst es auch oben machen. Vor allem, weil das oben nur einer einzigen Redstone-Fackel bedarf. Fertig. Okay. Hast du? Hast du. Ja. Perfekt. Perfekt. Alles cool. Ich will wissen, wie du da in dem Zeitraum durchkommen willst. Wo? Da. Pass mal auf. Dann machen wir länger. Wie willst du es länger machen? Dann musst du eine Schleife bauen, du Depp. Mach es doch nicht so kompliziert, Alter. Wer ist... Ah. Gott, nee. Macht niemals mit diesem Typen ein Let's Play Together. Das ist grauenhaft. Jetzt bauen wir hier unten noch zwei Repeater ein und dann ist das gut. Das will ich sehen. Oh, Gott, nee. Ich feier das gerade so hart. Ich nicht. Wo ist denn hier der Stein? Guck mal her, Stein. Alter, gib mir Repeater. Gib mir Redstone. Ich mach doch gerade einen Repeater. Ich mach das jetzt hier. Du haust jetzt ab. Ich mach das. Nein. Doch. Hast du noch Holz? Nicht für dich. Bitte. Gib mir Holz. Nicht für dich, ey. Ich hab hier noch Holz. Hier sind auch noch drei Repeater. Alter, wo kommen die her? Ich baue das mit der ganzen Scheiße hier ab, ey. Was machst du? Ich baue deine konstruktive Kacke ab. Was? Nein, Alter. Zumindest reiß ich den ganzen Boden nochmal auf. Warum? Weil man sonst gar nichts sieht. Darum. Das muss man auch nicht verstehen. Das ist ein Kunstwerk. Jetzt brauche ich dein Dingchen. Hallo, nein. Lass das doch jetzt so. Nein. Doch. Nein. Glaub es mir. Doch. Entleck mich. Du lässt. Nein, Mann. Lass das. Warum? Es funktioniert doch. Alter, mach das weg ernsthaft. Es funktioniert. Ich wollte die Tür bauen und ich werde sie bauen, also. Du wirst es scheiße bauen und mich nach einer halben Stunde anflehen. Bitte mach es. Ey, entbann mich von diesem Kack-Server. Hab ich schon. Denk mich. So. Du wirst nach einer halben Stunde da sitzen und sagen, bitte mach es. So. In etwa. Ja, ist klar. Ja. Ist so. Das werden wir. Das werden wir. Bitte. Hier hast du deinen Scheiß. Deinen Redstone. Worum wetten wir, dass ich das hinkriege? Oh. Darum würde ich um alles in der Welt wetten, Alter. Okay. Weil es so richtig war und so das einzig Mögliche war. Worum wetten wir? Um ein Snickers. Um ein Snickers. Okay, wir wetten um ein Snickers. Gut. Wenn du unbedingt verlieren würdest. Du musst hier erstmal deine ganzen Blöcker stopfen, ne? Das höre ich öfters. Du schlimmer, schlimmer, zweideutig denkender Mensch. Entschuldigung. Bitteschön. Ja. Ich schlimmer, schlimmer, zweideutig denkender Mensch. Ich kann ja auch nichts dafür. Doch. Kannst du. Nein. Doch. Du bist ja der, der alles unnötig kompliziert machen muss. Hey, ich hab dein Wassereimer. Shit. Ey, du depp. Du brauchst mein Wassereimer, also. Muss ich. Na, wenigstens weiß ich, wo ich hingefallen bin. Du kannst es nicht. Du wirst es nicht schaffen. Lolololololol. Warum meinst du das? Weiß ich nicht, weil wir zwölf Minuten haben. Oh. Ja, und? Ist doch noch nicht so viel. Ich dachte, das wäre mehr. Ja, da guckst du blöd, ne? Da guckst du blöd, du. Da guckst du blöd, ey. Oh, schaust du. Du wirst es verkacken, aber ha-ha-t. Seid ihr da mal nicht so sicher? Ja. Bin ich mir, aber. Aber ich mir nicht. Aber ich mir. Aber das ist von großem Vorteil. Das ist Optimismus. Hättest du gleich mal schlafen können, wenn du unten warst, weißt du? Du denkst auch nie praktisch. Ist doch hell. Ja, es wird grad hell. Ja, und? Warum soll ich da noch schlafen gehen? Weil wegen, ähm, weiß ich nicht. Weil wegen weiß ich nicht, ja. Das ist, äh... Weil meine Nase ein wenig läuft. Meine Nase ist ein wenig verschnüpft. Ein wenig errötet. Ja, quasi. So. Soll ich mal Wasser reinschütten? Wo rein? Nirgendwo. Jesus, wir bringen grad gar kein Rest zu mehr, also. Bitteschön, darfst du dein Wasser ein. Danke. Wo? Hättest du viel früher haben müssen, ey. Ja. Wo ist der Wasser ein? Hab ich... Eingesammelt? Ja, hab ich dir schon. Hab ich schon eingesammelt. Ey, was ist hier los, Kree? Ey, wo ist da unser Eingang? Junge. Ich baue meinen eigenen. Mach das. Nein, ich muss ja sowieso hier noch einbauen, deswegen. Mach ich dreidimensional, weil da drei Block breit ist, verstehst du? Dreidimensional. Au. Du bist so ein... Einfach mal da reingejumpt. Like a Rambo. Hallo. Okay. So, was ist das jetzt hier? Ja, lass mich doch bauen. Verpiss dich in dein Loch. Hier, gleich ausflüttet, Alter. Verpiss dich in dein Schusswischen. Mach ruhig. Im Übrigen hast du auch nicht direkt vor der Tür gebaut, ja? Du hast auch einen weggebaut. Zwei. Nein, einen. Nein, zwei. Zwei ist das Mindeste, was du da... Dann bist du ja noch schlecht als ich. Zwei ist das Mindeste, was du brauchst. Hier also. Hier hast du gebaut, oder was? Zwei oder drei, ich weiß es nicht. Oder hast du hier gebaut? Da. Da. Ja. Nein, da, wo du jetzt weggehauen hast. Ja, mein ich ja. Okay. Ist ja schon gut, schreibe ich nicht an. Alter. Wir sind schon ganz schön crazy, ne? Crazy people. Bizzle, bizzle. Crazy people. Wir müssen hier jetzt erstmal einen Gang nach unten graben, so eine sogenannte Testbohrung durchführen. Testbohrung. Um zu wissen, dass wir hier auf das Glas stoßen. Was ich jetzt kaputt gemacht habe. Du bist ein solcher. Ja. Ja. Nachdem wir jetzt wissen, dass hier Glas ist, können wir pauschal bestimmen, laut dem Gesetz des Archimedes, dass wir hier runter müssen. Ach, wirklich? Ja. Das war ein großartiger Mann, der wusste sowas. Der hat auch schon Minecraft gespielt. Wir haben 15 Minuten voll. Ja. Archimedes hat länger als 15 Minuten Minecraft-LPs gemacht. Sollen wir mal auch 20 erweitern? Nö. Nö. Nein, wir machen mehr Folgen. Mehr Folgen? Ich krieg keine mehr Folgen rein. Wie mehr Folgen rein? Ja. Mehr Folgen. Wie soll ich das hinkriegen? Ich hab schon vier Folgen pro Woche. Nein. Wir machen mehr Folgen. Nehmen einfach noch ein bisschen mehr auf. Ach so. Ja gut. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Und bis dann, dann.